Hallo, heute zeige ich euch ein Rezept, was total einfach ist, aber es schmeckt an heißen Sommertagen besonders gut, weil es total frisch ist und es geht ganz ganz einfach, also die Vorbereitungszeit beträgt vielleicht 10 Minuten, also wirklich total easy peasy und ich hoffe ihr macht das alles zahlreich nach. Es besteht aus nur ganz ganz wenigen Zutaten und schmeckt wirklich sommerlich frisch und leicht. Die Mayonnaise, die ich verwende, 2-3 Esslöffel könnt ihr auch ersetzen durch Joghurt zum Beispiel und gut gekühlt schmeckt der Wurstsalat einfach richtig sommerlich frisch mit einem frischen Butterbrot. Da habt ihr eigentlich schon vollständiges Abendessen, also uns reicht es meistens und jetzt hoffe ich, ihr habt Spaß beim Nachmachen und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss!